So, moin Leute, wir sind wieder hier in Vysima und wir sehen, Vysima ist am Brennen. Das sieht nicht gut aus, sieht aber extrem geil aus von der Grafik her, finde ich noch. Ja, wir sind hier in Chapter 5, glaube ich, beziehungsweise gleich, ich glaube wir sind noch in Chapter 4, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall müssen wir hier ein bisschen reden und ich habe vergessen, ich muss noch ein paar Sachen bei ihm staschen. Das mache ich kurz offscreen, Moment mal kurz. So, I think we are done, okay. Okay, dann reden wir mal ein paar Sachen hier, erstmal mit Vincent Mace vielleicht. Has Fultest returned? Yes, he's an old Vysima. Knowing whose orders we're following really boosted morale. Well, I need to get into old Vysima. I stand a chance of getting in alone, but not with. Do you follow? What's going on? I have a job for you, Dandelion, regarding King Radovid. The Witcher's flapping tongue would be a liability. Why do I think you're up to something? It's true, I'm not suited to converse with kings. Done. Dandelion, wait for me at the king's camp. Geralt, do what you must. Okay. Okay, ähm. Hat da noch was zu labern? Good luck, Witcher. Okay, gar nichts mehr. Was haben wir denn hier? Hier ist, äh, ist hier irgendwas? Carmen sehe ich da gerade. Long live the king! Ach, und Radovid. Äh, Carmen. Hm, wie geht's dem Mädchen? How are the girls? They still speak of you. Shani and I have become friends. Good. I hope she's well. She treats the sick and wound with no matter their race. Not all look kindly on that. I see. Unfortunately, I haven't seen her, since it all began. I'll try to find her. Farewell. Okay, wir können ein bisschen mit ein paar Leuten reden. Hier haben wir Radovid, den alten Pisser. Greetings, Geralt. Your Highness. Congratulations on the Professor. Pampas Twit tried to blackmail me once. Thanks for the good news. My pleasure. What brings you here? I want to finish off Salamandra. Good. Finish the bastards. What's the situation in Vizima? Total chaos. But thanks to my agents, Foltest returned and is trying to restore order. I see. I'd like to be on my way, sire. Farewell. Well, I shall assemble a great hunt when I return. Yeah, yeah, yeah. Ähm. Was wir kurz noch machen können, eventuell. Ist. Ah. Kurz upgraden, ja. Ist auch gut, auf jeden Fall. Machen wir. Aber bevor ich es vergesse. Ich mach kurz, äh. Wir haben nämlich wenig. Nur noch eine Schwalbe. Ähm. Da will ich mal. So. Wolf. Nehmen wir auch einen. Also Würger. Was denn Würger? Beursacht Gegnern in Kampfschmerzen. Ah, okay. Äh. Was ich auch machen will ist, äh. Fuck, wo ist es denn? Äh. Hier mit dem. Da. Dagon Saft. So. Äh. Wir leveln. Zwei Gold Talente. Yay. Äh. Lalalala. Komm auf. Erstmal hau ich hier die. Die Monster Talente wieder weg. Das ist schon mal gut. Und dann. Stärke. Können wir hier irgendwas machen? Wunden, Resistenz, Vitalität. Das ist nicht schlecht. Brauche ich aber nicht unbedingt. Gewandtheit. Äh. Präzisionsrefer. Äh. Gruppen. Hm. Ausweichen von hinten. Ja. Bla, bla, bla. Äh. Ausdauer. Wie sieht es hier oben aus? Kranktoxtizität. Ja. Ist auch nicht so geil. Aber weißt du was? Ich werde, glaube ich, kurz mal auf hier auf Gruppenstahl gehen und Gruppensilber. Dann haben wir schon mal das hier fertig. Und dann, hm, werde ich mich, glaube ich, hierauf fokussieren. Erstmal kurz auf stacker Stahl und schneller Stahl. So. Und dann mache ich noch Gruppensilber hier, Gruppenstahl da. Und am besten eine Sache noch für Schaden. Wunderbar. Das war gut. Das war gut. Jetzt können wir noch kurz diesen Dagon-Sach trinken. Dann kriegen wir, glaube ich, noch ein Gold-Talent. Aber das werde ich jetzt nicht mehr skillen dann. Wo haben wir den? Hier. Fähigkeit erhalten. Warra Mumm. Okay. Da können wir was von skillen später. Gut. Das hätten wir. Wir sind relativ gut dabei. Ich glaube, so. Also ich werde am Ende relativ weit skilled sein. So war ich noch nie bisher. What are you doing here? Stretching my legs. What's wrong? You all right, Zoltan? Haven't started taking fist tech, have you? Nah. I'm just allergic to bastards. Spare me. What's going on? What's going on? Kids are orphaned one day and kill the next. Your precious order is slaughtering women, children, civilians, everyone. The elven civilians have returned a few blows. Virtually all non-humans have taken up arms. Turns out they trapped healthy non-humans with sick humans in Olvizima to finish us with the plague. Have proof? Yes! Allergy's still bothering me. Here's what Shani said. Zoltan, how can a witcher be so stupid? Those murdering knights could have spared the civilians. Yada, yada, yada. Go away, you're aggravating my allergy. Ja, come on, die non-humans sind genauso. Also, ganz im Ernst, das ist jetzt nicht nur die Knights. Die non-humans sind genauso. Okay, okay. Ähm... Oh, wow! Wow! Alter. Gut, dass wir gerade hier geskillt haben. Den Gruppen, den Gruppenspiel. Äh, da war ich gerade, wurde ich gerade ein bisschen überrascht. Okay, hier auch noch ein Kommandoanführer. Hä? Achso, der ist... Hallo! Ja, jetzt haben wir ein gutes Skilled-Feuer. Die machen wir jetzt auch nicht, äh, auch nicht rund. Go, 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 go. Ein bisschen unübersichtlich hier gerade. Äh, okay. Okay. Was hat der hier? Eichhörn... Was? Eichhörnchen, Quaste, äh, weiß ich gar nicht mehr. Festgegengestand. Okay. Was ist das hier? Wasser? Wasser brauche ich nicht. Überreste. Hier. Wertmeister der Scoia-Tel. Nehme ich auch mit. Achso, geht nicht. Ah, okay. So, die Frage ist jetzt kurz, ähm... Ach, da oben musste ich nicht, oder? Ich glaube, ich musste nach hier. Genau. Oder? Musste ich nicht nach hier. Ne, ich musste gar nicht nach hier, ne? Nach oben, glaube ich. Ah, okay. War gerade ein bisschen verwirrt. Dann geht's da oben. Der Händelein läuft ja auch noch rum. Gut, dann geht er nach oben. Da sind schon wieder ein paar neue Leute. Boah, ey. Nervt ein bisschen hier. Okay. Machen wir kurz einen Prozess mit denen. Just a poet? Wir könnten uns auch mal ein bisschen... Bisschen buffen, aber... Boah, weißt du was? Das ist mir grad zu viel, ey. Ganz im Ernst, was ist denn das hier für ein... Bin ich grad irgendwie falsch, oder so? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Musst hier kurz ein bisschen, äh... Bisschen gucken. Das wird mir grad echt wie ein bisschen zu bunt. Ich meine... Ah, kacke. Nein, komm. Ich meine, ich musste doch nach da oben. Ah, schon so lange her. Hallo. Oh, come on, ey. Was soll das denn? Manchmal reagiert er einfach gar nicht. Ja, also... Die kommt mir mal wieder an, und... Kommt auf, wir müssen einfach... Ah, komm, wir müssen einfach durch. Oh, Gott. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Das... Oh, das fuckt mich grad so ab hier. Ich wollte durch diese verfickte Tür. Kann ich da durch? Kann ich jetzt da durch? Kann ich jetzt... Oh, Gott. Mach mal. Das ist doch un... Ich komm da nicht durch. Ich hab keine Ahnung, ob das hier gerade bugged ist, oder so. Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Vor allem... Hier läuft grad gar nichts. Ich kann drücken, wie ich will. Ich, ich, ich... Der bugt sich hier kaputt gerade. So, lass mich jetzt durch hier. Komm, 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 komm. Klick, klick, klick. Boah, finally. Scheißszene, ey. Im Ernst. Boah. Das mag ich gar nicht. Jetzt Kapitel 5. Okay. Das mag ich gar nicht. Ich bin der Mensch. Ich werde das nicht mehr schützen. Nein, Mensch. Nichts Menschen. Für Freiheit! Geh das Dwar. Ich werde dich mit deinem eigenen Guts, Mensch. Es ist der Grandmaster! Wir sind geholfen! Sie zurück, sire. Ich glaube, Sie sind nicht zu late. Ihr König ist in need. Sie sollten wissen, dass Königs nie late sind, Jacques. Sie sind in need. Was macht er hier? Er hat sich in den Kopf gesetzt. Er hat ein Talent für das. Was soll ich mit ihm tun? Er wird mit uns kommen. Ich habe eine Sache mit ihm zu diskutieren. Ja, jetzt haben wir auch mal den Grandmaster gesehen. Und der wirkt sehr, sehr schmierig und hinterhältig. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Ich habe ihn mit ihm geholfen. De Wett hat sich die Prinzessin' Adjutant für den letzten Jahr. Velorad hat ihn mit Adder seit ihrer Kindheit. Und Triss Merigold ist hier für ihre extensive Erfahrung von Magik und Female Intuition. Consult them, und think über das Thema. Wir sprechen über das wieder. Als Sie wünschen, Herr Hines. In der meantime, Equally Urgent Issues demand our attention. Ich bin listening, Sire. Wücher, imagine returning home from an excursion against a monster, a Kikimor, for instance, only to discover your home a whorehouse. Your Highness. I'm not finished. Those you left in charge failed you. A traitor threatens to oust you from the home of your ancestors. Wouldn't you be angered? Would you not elect to shed more blood? Absolutely, Sire. The non-humans must pay. With your backing, the Order. Unfortunately, the Knights have forgotten their place. They've developed a taste for power and want more. That is not something I can allow. You stood by while the Order's power increased. Perhaps you should negotiate with the Grand Master. And perhaps I should behead the Grand Master and his underlings. That would solve the problem. Sadly, it's not that simple. I'm certain you're right, Sire. I must attend to some urgent matters. Speak with these excellent minds. Gain their insight. And don't forget my daughter, Witcher. I'm counting on you. I won't forget. My servant will summon you when I have more time. My ruler is a land of idiots. Now we're here in the Burg. Warte mal kurz. Okay. So. Ja, wie man sieht, ist der Order eigentlich auch scheiße. Der Order ist scheiße. Die Anderlinge sind scheiße. Im Grunde kann man hier nur neutral spielen, wenn man alles richtig machen möchte. Aber das ist eigentlich langweilig. Okay, okay. Wir können also mit Velarath reden, mit Devleth und mit Triss. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit ihr. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit ihr. Ich hoffe, er wird alles gut sein. Triss, ich habe über uns gedacht. Oh, Geralt. Äh, wir sollten uns die Form machen, ist unmöglich. Ach, komm her. Ich liebe dich. Ich will, mit dir zu sein, egal was. Liebe ist das einzige Sache, die Schönheit in diesen roten Zeiten. Geralt. Ich könnte es ändern. Ich könnte es weniger Risiken nehmen. Wir finden Alvin und leben zusammen. Ich würde ein Haus bauen. Ein Haus? Ein schöner Traum. Ich würde es nicht mehr so machen. Ich würde es nicht mehr so machen. Wir kaufen, wir kaufen, wir kaufen. Wir kaufen, wir kaufen. Wir werden mit Dignität. In den Mitteln, wir spielen mit einem eigenen Zettel. Als ein remedierter für mein Geheim. Ich bin sorry. Ich habe nicht gesagt. Geralt. Sag etwas. Ich kann nicht verlieren Sie. Ich bin hier. Es sind die Zeit, wir nur müssen wir leben. Okay, ähm, wir hätten doch hier einen Tagebucheintrag bekommen eben noch, oder? Charaktere vielleicht? Hm, was war das denn? War das Orte? Ah, genau, Volthesburg. Die Burg wurde von König Volthes vollendet, etwa zu der Zeit, als sein vorheriger Sitz von einer Striege übernommen wurde, einer Frucht der inzestuösen Affäre des Herrschers mit seiner eigenen Schwester. Räumige Hallen aus Stein, Buntglasfenster und Gewöllbedecken zeigen, dass hier zwergische Baukunst zum Einsatz kam. König Volthes ist ein sehr aktiver Herrscher und reist oft durch das Land, doch in Vysima bewohnt er gerne seine Kammern in der Burg mit ihrem benachbarten Hof. Im Thronsaal gewährt der Herrscher seinen Untertanen, ob Bittstellern oder geschätzten Ratgebern, Audienz. Alt-Vysima Umgeben von seiner niedrigen Palisade beschwört Alt-Vysima den Geist alter Zeiten herauf, als selbst die Hauptstädte mächtiger Nationen wie eine behelfsmäßige Ansammlung schilfgedeckter Holzhütten aussahen und Hühner und schmutzige Kinder sich auf den Straßen tummelten. König Volthes, der seinen Sitz vom alten Herrenhaus in den Palast verlegte, verwandelte das hölzerne Dorf in eine Stadt der Ziegel. Der Krieg war gnadenlos zu den Bewohnern von Alt-Vysima. Nach dem Krieg wurde dieses Gebiet zu einer Art Ghetto für Anderlinge. Die eingebürterten Elfen und Zwerge wurden gezwungen, sich in einem Viertel niederzulassen, wo nicht einmal die Armen leben wollten. Derzeit ist Alt-Vysima zu einer Arena für Gefechte zwischen dem Orden und den Scoia'tael geworden. All right, dann mal hier, Velerad. Er war Ostrid. Er war Ostrid. Er war Ostrid. Er war Ostrid. Er hat die Kürze aus Jealousie. Er liebte den König. Er liebte den Königin. Er liebte den Königin. Er hat viele Vysima in diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht. In diesen Tagen, die Kürze ist wie dicker als Flies auf einer Pile von Manure. Er ist nicht in der Zeit, wo die Striga lebt? Nein, aber sie hat sich in der alten Vysima gesehen. Sie könnte dort hunten. Gut. Gut. Okay, also müssen wir die Striga weder töten oder in Fluch befreien. Guck, hier ist eine Katze. Ich weiß nicht, warum die hier Katzen im Dings haben oder auch Hunde in den Gasthäusern. Okay. So, jetzt noch der Wetna hat einen Pisser. Witcher. Count. No titles, please. Let us bury past misunderstandings in the name of a greater cause. So be it. Geralt. The king wants me to lift the curse that holds Ada. Not surprising. You succeeded once, though it nearly cost you your life. The Striga's appearance possibly spells the end for Foltest. Many say he offended the gods. Remember how she first became a Striga? Uh, help him up the springs. Remind me. As a youth, Foltest had quite an appetite. So much so that he plowed his own sister. Their child died at birth, but then continued to grow in its coffin, only coming out to feed. Then you arrived and broke the spell, though apparently not completely. The Striga's reappearance proves the royal dynasty is cursed. The people are sensitive to such signs. No wonder Foltest wants you to kill the Striga. I thought I was supposed to lift the curse. You are to keep the Striga from becoming an eyesore. The chance of removing the curse is minimal. I've heard a rumor of an additional reward for killing the Striga. Would the rumor mention how much? Five thousand orans. Nice number. Any idea who's spreading this rumor? No. However, there are other things to consider. If you do solve the Striga problem, the king might take his savior's advice. Have anything specific in mind? A fresh yet unsigned decree on the king's desk disbands the order. If you ask the king to reconsider, well, your friend Siegfried would be grateful. Okay. Der hätte doch noch irgendwas zu labern, oder? Imbeciles. Gerr... Don't you fear the king's anger duet? Wherever did you get that idea, Witcher? Foltest looked pretty pissed. He said something about bloodshed. Obviously, he spoke of the blood of traitors and non-humans. He might finally dispose of that failure of Valerad. Farewell. Okay. So... Triss Marigold. Ich frag mich grad... Anton Ned. Mit dem müssen wir auch noch reden. Oh. Wish on a star? A Witcher? In my native Beauclair, in the Duchess of Toussaint? A Witcher once spent an entire holiday feast dancing with a sorceress. Not I, m'lady. I dance rather poorly. Hmm. Do all witchers have white hair? No, m'lady. I am alone in that. Perhaps I am confused. Regardless, I do have a certain matter for you. How can I help? Très bien. Mon dieu. My three cousins recently fled the city due to some unfortunate coincidences. Did they incur the king's disfavor? All this sort. I wish to send them some coin to alleviate their situation. Understand? Yeah, klar. Um... What? Perfectly. I'll act as messenger for an appropriate fee. Ah, parfait. My cousins, Corbin, Buse, and Ramereau, sought refuge in the swamp, in the caves there. Please deliver 300 Orends to each of them. As for my fee. My cousins will give you a receipt. Take these to Olvizima, to the captain of the mercenaries, my fiance. He will reward you. Farewell. Okay. Was machen wir? Nur hier und Orends erhalten. Das ist eine Quest, die lohnt sich später. Da kriegen wir nämlich ein Schwert. Gut. Ich würde sagen, ähm, als nächstes müssen wir mit Volltest reden. Mit dem können wir nämlich auch Poker spielen. Das letzte Mal, meine ich. Dann sind wir ja fertig mit Pokern. Äh, ansonsten... Ja, genau. Süße Rache. Ich muss nach Olvizima gehen. Der Boss des Salamandras aufstürmern. Ihre Majestät die Strie. Genau. Wir müssen den Fluch aufheben von Erder oder die Türken. Und ich muss sehen, ob ihr Ritter des Ordens nicht irgendwelche Zivilisten töten, wie die alten Spacken. Gut. Das Kapitel ist hier relativ linear. Relativ linear. Und, ähm, es geht relativ zügig auch. Ich finde das immer so geil, wenn das hier so spiegelt. Ja, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal einfach wieder, wenn wir uns, äh, um ein paar Quests hier widmen. Yes. Und wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, genau. 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 Ja, genau.